Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie Ihr Trading-Wissen erweitern, neue Strategien lernen oder sich einfach über die neuesten Trends in der Welt des Tradings informieren möchten? Mein Name ist Lothar Albert, ich bin der Geschäftsführer der Traders Media GmbH und Herausgeber des Traders Magazins. Seit vielen Jahren unterstützen wir Trader, ihr Können auf das nächste Level zu heben und ihnen dabei zu helfen, sich in der ständig verändernden Welt des Tradings zurechtzufinden. Und genau das ist es, was wir mit der World of Trading erreichen möchten. Diese Veranstaltung ist die größte Trading-Messe im deutschsprachigen Raum und wir sind stolz darauf, eine Vielzahl von Top-Referenten aus der Finanzbranche präsentieren zu können. Das Beste dabei, Ihre Teilnahme ist 100% kostenlos, wenn Sie sich heute anmelden. Am 22. und 23. September 2023 findet die World of Trading im Forum der Messe Frankfurt statt. Wir bieten eine breite Palette an Fachvorträgen, Seminaren und Workshops, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader geeignet sind. Doch das ist noch nicht alles. Sie haben die Möglichkeit, neue Trading-Tools und Software kennenzulernen, sich über die unterschiedlichen Broker- und Trading-Plattformen zu informieren und sogar unseren Experten beim Live-Trading über die Schulter zu schauen. Fasziniert? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und gehen Sie zu unserer Webseite, um sich für diese exklusive Veranstaltung kostenlos einzumelden. Registrieren Sie sich jetzt für die World of Trading und erleben Sie zwei Tage Trading pur. Wir freuen uns auf Sie. 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 Untertitelung. BR 2018